Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 4,5 Zimmer Rhein-Mitte-Haus befindet sich im Kreis Schwandorf. Das im Jahr 1991 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 230 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 133 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 229.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 1.2 6.5